Und damit herzlich willkommen zur Pressekonferenz, zu der ich auch bei der Trainerricht herzlich begrüßen darf. Wie üblich darf der Gast anfangen. Herr Hartl, Ihr Statement zum Spiel bitte. Puh, das war ein Spiel, da muss ich jetzt natürlich auch erstmal ein paar Sachen sacken lassen. Es war ein sehr, sehr intensives Spiel, also den Tabellenständen der Mannschaften angemessen. Es ging gut zur Sache und ich glaube, wir waren richtig gut im Spiel. Wir haben heute deutlich früher gepresst als zuletzt und hatten schon unsere Balleroberung, hatten unsere Chancen. Fürth hat dagegen gehalten und ein bisschen mit Glück dann irgendwo, sage ich schon, ein Stück weit oder mit individueller Qualität. Da gehen sie dann halt nach dem abgefälschten Standard oder nach dem zweiten Ball dann in Führung. Ich glaube, wir haben trotzdem versucht, drin zu bleiben. Man kann es nicht alles wegverteidigen, aber wir hatten trotzdem immer wieder auch Situationen nach vorn. Die Mannschaft war mutig und so ist sie auch nach der Pause rausgekommen. Trotz des Handicaps, dass du halt schon dreimal wegen Verletzung in der ersten Halbzeit wechseln musstest. Und dann glaube ich auch in der zweiten Halbzeit dann verdient, aus meiner Sicht den Ausgleich gemacht. Dann kam die rote Karte, dann war es ein anderes Spiel. Du liegst hinten oder direkt wieder hinten gelegen nach der Flanke und wo wir sie in der Mitte nicht gut verteidigt haben. Und dann mit der gelb-roten Karte war es natürlich für uns dann extrem schwierig. Wir wollten schon noch auf den Punkt gehen und Fürth wollte natürlich das dritte machen, was sie auch hätten machen können. Haben sie nicht gemacht und heute hatten wir dann halt den Lucky Punch am Ende, den wir letzte Woche nicht hatten. Das gleicht sich dann immer mal aus. Ich glaube aber von der Art und Weise müssen wir uns für den Punkt dann jetzt auch nicht entschuldigen, auch wenn er sicherlich hinten raus in der Nachspielzeit mit dem Elfmeter auch glücklich war. So ehrlich sind wir dann schon auch. Aber ich denke, dass meine Mannschaft dann gerade von der Mentalität und von der Moral ein überragendes Spiel gemacht hat und sich damit eben auch mit dem Punkt wirklich auch belohnt hat. Dankeschön. Marc, dein Resümee? Ja, am Schluss waren wir nicht in der Lage, das Spiel zu entscheiden. Wir hätten das in der zweiten Halbzeit entscheiden müssen mit dem dritten Tor. Und dann würden wir über nichts mehr diskutieren. Am Anfang war es ein bisschen so ein Schlagabtausch. Dann habe ich schon das Gefühl gehabt, dass wir das Spiel im Griff gehabt haben. Nach der zweiten Halbzeit natürlich die rote Karte. Dann musst du einige Situationen besser zu Ende spielen. Du hast die Möglichkeiten, die Tore zu machen. Und am Schluss verhältst du dich naiv in der Entstehung dieses Einwurfes. Weil das war ja auch klar. Das waren die Möglichkeiten, die Rostock noch hatte mit stehenden Bällen, mit Einwürfen. Das haben wir dort schlecht gelöst in der Entstehung und am Schluss auch schlecht verteidigt, dass es diesen Elfmeter gibt. Ich denke, es ist einfach nicht gut gewesen von uns, wie wir es am Schluss fertig gespielt haben, weil wir aus meiner Sicht als Sieger vom Platz hätten gehen müssen. Danke an die beiden Trainer. Gibt es Fragen in der großen Runde? Einmal... Mikro kommt einmal rüber. Ja, hallo Johannes Weber von der Ostsee-Zeitung. Herr Hertel, viele Verletzte, jetzt auch viele Gesperrte. Wie viel ist da jetzt am Ende zusammengekommen? Und wie bewerten Sie auch die drei fünften gelben Karten und den Platzverweis von John Verhoog? Ja, also angesehen habe ich mir die Szene noch nicht. Durchzählen müssen wir dann auch in der Woche nochmal. Auch wenn wie viele Verletzte eben zurückkommen. Und ja, es sind aber natürlich schon noch für das Kaiserslautern-Spiel nächsten Freitag eine Menge Ausfälle. Ich finde das immer, ich muss mir das nochmal anschauen, aber es ist eine Unsitte, dass man halt irgendwie, hat man mit dem Finger an der Backe, dann lässt man sich fallen. Dann gibt es auf so eine Sachen auch direkt auch gelbe Karten. Das ufert mir aus meiner Sicht ein bisschen aus, das gab es früher nicht. Und klar, wenn da ein Ellenbogen ist oder wenn das klar irgendwie gegen den Hals geht und auch noch mit Wucht. Aber in dem Fall hatte ich nicht das Gefühl, dass das ein Foul war. Und ja, das ist natürlich ärgerlich, dass du dann halt dann noch einen Spieler verlierst, eine Unterzahl spielen musst und der dir dann natürlich auch die Woche drauf ausfällt. Sie dürfen ja nochmal. Ja, ich würde auch nochmal fragen, können Sie schon einen Zwischenstand zu Lokoki und Nightheart geben? Ja, also Niko ist genäht. Andy geht jetzt, war jetzt oder ist im Krankenhaus beim Arzt und dann muss halt entschieden werden, ob er jetzt noch eine Nacht hier bleibt oder aber eben schon zurückfliegt oder mit dem Bus zurückfährt. Das müssen dann halt am Ende die Ärzte entscheiden. Aber den Umständen entsprechend geht es den Jungs ganz gut. Also sie sind auf ihren eigenen Füßen dann halt auch Richtung Krankenhaus gegangen. Also nur Lokoki ins Krankenhaus dann? Ne, Niko Nightheart auch, der wurde genäht und der wird aber jetzt mit uns zurückfliegen. Aber bei Andy, da ist es noch nicht sicher, weil wenn es eine Gehirnerschütterung ist, dann muss er wahrscheinlich eine Nacht im Krankenhaus bleiben. Danke. Dann haben wir hier vorne nochmal eine Frage. Adrian Wittler-Bild, eine Nachfrage nochmal zu John Verhoog. Der hatte ja unmittelbar vor der Pause auch die Anlage bekommen vom Schiedsrichter beim nächsten Link. Ärgern Sie sich ein bisschen, dass Sie ihn nicht rechtzeitig runtergeholt haben, um ihn von der Ampelkarte zu schützen? Ja, ich fand, dass John uns gut getan hat heute. Er hat heute wirklich ein gutes Spiel gemacht, hat die Dinge wirklich so umgesetzt. Ab das jetzt im Pressing war oder im Bälle festmachen, im Verlängern. Er hatte dann eigentlich auch die Riesenchance, wo wir eigentlich in Führung gehen müssen. Er ist fünf Meter vorm Tor, frei beim Kopf fallen. Normalerweise köpft er den da hin, wo der Ball herkommt und da führen wir 1-0. Dann wird es mal ein ganz anderes Spiel. Deswegen war ich mit John auch zufrieden. Du brauchst dann halt, gerade wenn eine Mannschaft dann auch früh presst und wir das ab und zu mal überspielen müssen, dann brauchst du ja vorne einen Zielspieler, der dann halt so eine Bälle dann eben doch verlängert oder eben festmacht. Und deswegen haben wir ihn auch drauf gelassen. Dann nach diversen Szenen, ich sage mal Anfang der zweiten Halbzeit, also das Gegentor zum 1-2, die gelb-rote Karte. Wir hatten vor ein paar Tagen darüber gesprochen, den Glauben daran zu bewahren und wieder zurückzuschlagen. Hatten Sie wirklich die ganze Zeit noch das Gefühl, da geht noch was, als immer mehr Wirkungstreffer für Ihre Mannschaft kamen? Naja, da spielt ja heute der Gegner ein Stück weit mit in die Karten. Wenn du so eine Chancen dann eben doch weglässt, dann glaubst du schon dran, dass du nochmal irgendwo... Du bleibst ja dann drin. Das ist dann halt ein Tor, mit einem Tor holst du diesen Punkt. Und wir wissen, Marc hat es ja gesagt, dass wir halt mit den Einwürfen oder mit dem ruhenden Ball, kannst du immer für Gefahr sorgen und auch einen Tor machen. Und deswegen haben wir da schon, klären wir da immer dran. Das haben wir auch letzte Woche gemacht. Aber Paderborn hat es dann halt besser zu Ende gespielt. Haben Sie noch einen? Ja. Eine Frage zum Elfmeter dann. Wie war Ihre Gefühlslage, als Ryan Malone hingegangen ist? Ich weiß nicht, ob er der Stammschützer ist. Ich tippe immer normalerweise John. Und wenn Ryan dann hingeht, der ja eben vorher beim Gegentor da drin hing, hatten Sie das Gefühl, dass er in dem Moment der sicherste ist? Oder ist Ihnen auch das Herz ein bisschen in den Hose gewünscht? Naja, sicher ist man sich da nie. Aber ich sehe ihn schon noch im Training, schießt er immer mal auch nach dem Training so ein paar Elfmeter mit den Torhütern. Und er hat ja auch letztes Jahr in Regensburg den Ball eben doch sicher reingemacht, wo es ja auch um 4 ging im Pokal. Deswegen hatte ich da jetzt keine ganz große Angst, dass er da jetzt irgendwie eine Vogelwilder Aktion macht, sondern dass er dann schon noch ruhig bleibt. Gut, nachdem ich keine weiteren Fragen, Meldungen mehr sehe, dann den Spielern gute Besserung auf diesem Weg auch von uns. Den Gästen einen guten Nachhauseweg und dann allen einen angenehmen Start ins Wochenende. Bis bald. ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020